Hey Freunde, was geht? Ich habe meine alte Kamera auspackt, weil meine andere knacken kann und viel zu viel Stress. Auf jeden Fall, jetzt geht's in Europa, hallo in meiner Europa-Reise und eigentlich war es meine in Deutschland-Reise, weil ich muss ehrlich sagen, es war ein Interrail-Ticket und nach so vielen Stunden Zugfahren, Deutschland ist echt groß, ich hätte mein anderes Land auch anfangen sollen, aber ich bin noch jung, ich habe noch alles vor mir und kein Zugfahren mehr und nicht mehr allein fahren, sonst ist es mir zu langweilig, wo in Hoßhaus ist es schon los, ich sage, aber egal, los geht's mit meinem Video, haut rein Leute. Richtig geil Leute, ich kriege jetzt originale Münchner-Weiß-Würste, ich freue mich schon. Großfreundlich. Hier vorne, was geht? Ich bin in Frankfurt, there is my room, Nietzsche und hier, digga, digga, Badezimmer, Klo, pipi-Fan, pipi-Fan. Alles gut, jetzt zeige ich euch nochmal einen geilen Ausblick, der alles übertrifft, was jemals passiert ist. Leute, bis später, tschu guu. Hey Friends, ich wollte dir nur sagen, da, da, okay, ich bin der Lieblingsgast, der Lieblingsgast, okay, digga? Und ich habe schon einen gegessen, ich habe zwei gekriegt, die erste Klasse Premium und schau dir jetzt, ein Herzchen. Jetzt will ich so eine schöne Zimmer anbreden. So Freunde, ich habe quasi so etwas ähnliches gemacht, wie auspacken, ja man, ja man. So, ich gehe jetzt auf einen Kaffee und erkundet ein bisschen die City. Vielleicht würde ich ein bisschen flogen. I don't know. Bis später Leute. So, ich bin jetzt im Sky Center und kein Plan, ob es irgendwas cooles für mich gibt. Und da ist es halt, muss ich schauen, muss ich schauen. Ich finde schon irgendwas geiles. Irgendwas finde ich, ja, ja, ja. So, ich habe einen Starbucks gefunden. Jetzt kriege ich endlich meinen Kaffee. So, erstes Mal Starbucks, ein Eiskaramell-Mafaco, Schalato, Macchiato. Da rinnt der Karamell runter, die ja. Ekelhaft. Aber schmeckt gar nicht so schlecht. Leute, haut rein. Bis gleich. Ich habe da gerade einen Snipes gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich werde es mir genauer anschauen. Also Snipes interessiert mich nicht so. Da gibt es einfach Schuhe. Und ich habe jetzt einen fettigen Massage-Zesel. Acht Minuten. Und ich kann weiter chill-life. Ich glaube, da bin ich richtig gut. American Food. Nice. Irgendwas muss ich mir packen. Ich muss nicht so irgendwas geiles. Oh, ja. Scheiße, geil. Die haben da überras übertrieben große Packungen. Schwierig. Okay, ich kaufe mir doch nichts. Hinter mir. Regenschirme. Von der Decke, Junge. Brutal. Digga, mega geile Aussicht. Einfach Premium-Aussicht, Digga. Ich könnte mich den ganzen Tag da in den Kreis treten, dass man alles auch schön sieht, Digga. Digga Rinos. Richtig nice, Digga. Geil, geil, geil. Leute, wie heißt die Stadt da? Frankfurt. Nice Stadt, nice Stadt, Leute. Ich wollte eigentlich aber Stadttouren machen auch. Ich meine, da ist es auch chillig. Aber man kriegt alle Karten nur für mindestens zwei Personen. Und allein kann man das nicht machen. Richtig unnötig. Aber ja, läuft trotzdem. So, jetzt gibt es endlich was zum Futter. Geiles Kentucky Fried Chicken. Mahlzeit. So, ich bin jetzt mitten in Frankfurt, wo die Instagram-Tour eigentlich starten wird. Das Gebäude da hinten schaut interessant aus. Das werde ich auf jeden Fall abchecken. Aber jetzt gehe ich einmal in diese Richtung und suche mir ein nettes Kaffee aus, wo ich vielleicht ein bisschen was essen kann. Und ja, bis gleich. Ciao. Und das ist ein Bär. Don't touch me. Jetzt geht das? Geht das? Ja, geht. Ich habe mir ein kleines Heiß gegönnt, weil ich so illegal war und den Bären angetatscht habe. Läuft bei mir. Der Pratanon-Dichtiger. Da gibt es Fischenstatuen. Okay. Lasst uns weiterkommen. Das Haus ist schön. Mal gucken, ob ich ein paar coole Spots finde. Mal gucken. So, ich gehe jetzt ins Guru D1 Lifetime in die Kunsthalle. Mal schauen, ob es irgendwas Nices gibt. Checkt mal das mal ab. Schaut euch den geilen Baum an. Oder was ist ein Kunstleute-Kunst. Die Ausstellung war ganz nice. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Filmen hat man leider nicht dürfen. Fotofilmen eigentlich auch nicht machen. Oder ins Internet stellen. Aber ein paar vielleicht. So, Freunde. Ich trinke jetzt noch meine Cola und dann geht es ab in die Altstadt. So, Leute. Wie es ausschaut, bin ich schon in der Altstadt. Digga. Richtig nice. Aber ich werde jetzt dann schon langsam zum Hotel wieder fahren. Und dann schaue ich euch vielleicht was zum Essen bekommen. Also, easy cheesy. Ich bin jetzt in meinem Zimmer in Köln. Und das ist wirklich Premium, Digga. Das ist Ärger Premium. Richtig nice. Badezimmer schauen wir auch noch an. Und dann gehe ich mich sowieso da mal fresh machen. Dann duschen. Digga. Läuft hier alles perfekt. Wunderbar. Bis gleich. Läuft hier alles perfekt. So, Freunde. Ich war jetzt mit dem Bierwoll im Dom. Das wird wahrscheinlich ein extra Video. Weil es einfach viel zu viel ist. Aber nice, Leute. Das lohnt sich. Schaut auch mega aus von da. So, Freunde. Ich bin jetzt mit Bierwoll und Nicole. Keine Wurst essen. Angeblich die beste. Mal gucken. Ich erwischt keine Wurst. Schmeckt geil, Leute. Ich weiß nicht, was geht. Ich bin in Köln und so. Alles gut. Ich habe jetzt zweimal, dreimal ein Uber bestätigt zum Zoo kommen, weil zweimal habe ich stornieren müssen, weil es Falscharpolplatz war. Richtig unnötig. Aber jetzt schauen wir mal, was wir da für Tiere finden. Richtig hübsche Tiere da am Start. Läuft. Flamingos, Digga. Flamingos. Da hinten sollten eigentlich Bären sein, aber ich sehe leider keine. Leider, leider. Meiner Mutter, meine Mutter auch. Okay, sieh. Ah, okay, jetzt auch nicht schnitten. Das ist mit meinem Deutschlandvlog. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Ich werde jetzt zum Abspannen noch ein paar Bilder von der Kunsthalle machen, wie ich es gesagt habe. Läuft. Und ja, mein Statement zum Zoo. Es ist zwar schön zum Anschauen, aber die Tiere, die Tiere, die Tiere, die Tiere leben halt trotzdem nur in Gefangenschaft. Ich bin echt zwiegespalten, aber jeder wäre will, oder? Aber ja, tut nichts der Sache. Das war es auf jeden Fall mit dem Deutschlandvlog. Und haut rein, schöne Zeit, schönen Sommer. Und ich schaue übrigens, dass ich jetzt einmal pro Woche ein Video zusammenbringe. Und das war es für heute. Tschau Leute. Tschau Leute. Musik. 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 Musik 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 Musik